Also Tavata wie immer ihr kennt, 20 Sekunden Belastung, 10 Sekunden Pause. Wir machen für ca. 3 Blöcke Kraft und 2 Blöcke Ausdauer. Ich denke dann ist jeder bedient. Ja, aber wir fangen natürlich ab mit. Warm-up ganz klar. Ich zieh noch ganz kurz mein Pulli aus. Und wir starten hier mit dem Giffing, um den Pulli mal hochzubringen. Füße immer locker abrollen, Bauch fest machen. Wir können immer ein bisschen schneller werden. Okay. Dann nehmen wir einfach dynamisch die Brust auf. Bauchnabe fest machen. Und hier schön aufziehen. An die Sehengrenze gehen und dann hier langsame kleine Impulse. Den Tag gehören mit nochmals 6 mehr. Niedriger ist es leichter. Niedriger. Dann nochmal einfach hier den Walkout. Heißt. Wir gehen hier nach unten. Und wieder hoch. Und noch. Schlüssel, zittestabil weiter. Kurze Stück reichen und wieder hoch. Und wieder hoch. Und wieder hoch. Und wieder hoch. Dann gehen wir einmal hier in den normalen Squat. Druck auf der Ferne. Oberkörper aufrecht. Und tief. Tief. Füße kurz vor die Speckung. Schließfuß im Rhythmus. Eine Tief. Füße kurz vor die Speckung. Schließfuß im Rhythmus. Und wieder hoch bringen. Und go. Ellenbogen schön von unten kommen lassen. Schnelle Füße. Und die Frequenz mit der Zeit höher geben. Gut auslockern. Dann gehen wir hier. In den Stücken. In den Stücken. Spann. Bauen die Vorspannung auf. Rippeln oben ziehen. Schulter wieder zur Wecke. Wenn ihr die Spannung halten könnt. Gleiches gegen zwei. Lass das linke Bein abheben. Dann wird der Chor schön aktiviert. Kommen wir wieder hoch. Dann gehen wir jetzt einmal noch ans Anfersen. Reiß die Fersen schon zum Proben ziehen. Und go. Bauch fest lassen. Wir können wieder mit der Frequenz höher gehen. Letzte Runde. Machen wir hier einen Jumping Jack. Aber noch nicht High Speed. Also go. Zügig. Damit wir gleich auch richtig warm sind. Dass wir gleich richtig loslegen können. So. Boah abgeschafft. Kann ich schon mal einen Schluck nehmen. Wenn ihr will. So. Jetzt brauchen wir einmal das Handtuch. Für zwei Übungen sogar. Eine. Ja. Ist so ein kleiner Test. Habe ich hier noch nie gemacht. Aber hat sich eine super Übung. Heiß. Wir hängen das Handtuch hier. Bei einem Fuß ein. Dann drücken wir den hier. Rücken nach oben. Und die Hände ziehen tief. Dann arbeiten wir quasi immer mit. Die Rücken gegen die Beine. Ja. Das machen wir auf beiden Seiten. Und dann machen wir später noch. Hier. Wir können das. Dann wird. Der Lattzug. Kommt. Das Handtuch. Auseinander zieht. Dann geht erstmal. In die Rücklage. Schaut die Position auf. Ich starte in Time. Das heißt der Block. Ich sitze mal komplett für den Rücken. Also ab in die Rückenlage. Handtuch einspannen. Mit dem Fuß nach oben drücken, mit den Händen tief ziehen. Der Fuß arbeitet oder das Bein arbeitet gegen die Arme. Dadurch haben wir die Belastung auf beiden Seiten. Einmal die Fußseite wechseln. Wir können auch das andere Bein ausstellen. Das reicht von der Beweglichkeit her. Unsere Rücken schön auf den Boden lassen. Schultern zusammenziehen. Ellbogen eng halten. Dann einmal in die Bauchlage. Handtuch fest auseinander ziehen. Und dann gibt es Zugrund. So fest wie möglich auseinander. Kurz die Verlängerung zur Böbelseite halten. Zieht bis zur Grund. Und wieder nach vorne lassen. Jetzt ziehen wir uns einmal mit dem kompletten Körper hier oben zusammen. Und fest. Zieht euch so weit aus wie möglich. Und in der Haltung die ganze Bein behalten. Gitarren halten. Zieht bei der Haltung. Anneaße. Wieder zurück zum Start. Lücken tragen. Karten einspannen. mansion. So. Und wieder nach oben. Leck drücken. Fest machen im Rücken. Schulterbetter fix. Höchst zu stark wie möglich mit dem Bein nach oben. Seiten wechseln. Beides trainiert. Fest machen. Alles raus. Ziehen aus der Bewegung. Elbow gegenführen. Wieder Bauchposition. Lass zu. Und fest auseinander ziehen. Wenn das Handwerk greift, könnt ihr noch mehr Zug drauf bekommen. Jetzt hofft ihr mal schön in Verlängerung halten. Und letzte Übung für den ersten Block. Noch mal ganz fest nach oben aufziehen. Und komm. Zieht euch immer wieder so. Und ich sage wie möglich nach oben aufziehen. Und schalten. Gleich nochmals die letzten 10 Sekunden. Und ab. Erste Glocke starten. Jetzt geht es gleich nochmal an die Brust und an die Beine. Das heißt, wir starten hier mit der Liegestütze mit der engen. Hände unter der Schulter. Und die Ellenboden vielleicht irgendwann runter gehen. Wieder zu weggegauchen. Als wir das nicht aufziehen. Will ich sagen. Wir gehen mal gar nicht nach oben. Ich starte die Zeit wieder. Entweder aufziehen ziehen oder aufziehen ziehen. Und los. Und los. Hier müssen wir nach vorne führen beim runter gehen. Bauch ist fest. Poß fest. Kontrolliert nach unten. Exklusiv nach oben. Dann machen wir gleich einen Wechsel. Die breitselige Stütze. Wir greifen einfach ein bisschen freicher. Sonst vielleicht alles gleich. Daumen auf Herzhöhe. Und go. Ellbogen eng. Und beim Ruhkommen ausatmen. Dann einmal in den Stand. Lunge. Lunge. Stellung. Hier. Dass es 90-90 ist. Wir bleiben auf einer Seite. Bleiben hier recht tief. Puls ist. Ich zeige es aber von vorne. Druck auf der vorderen Ferse. Knie, Fuß und Hüfte in einer Linie. Seitenwechsel. Höhnen. Lunge. Bezuhren. Höhnen. Wieder schön auf die vordere Ferse. Lunge. Hoch. Hoffest. Anspannen. Lunge. 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 Schön stabil halten das ganze System. Okay, Hälfte haben wir, gehen wieder zu den Liegestützern, Hände wieder Schulterbreiz. Und Go! Endbogen eng halten, zieht nochmal alles an Kraft raus. Die Brust brauchen wir später nicht mehr, also durchziehen. Korspannung halten. Letzte Runde Liegestütze. Daumen und Herz höher. Und Go! Macht euch fest! Weißt euch durch! Ihr macht es mega! Immer weiter! Jetzt in 10 Sekunden. Und 5, 4, 3, 2, 1. Noch zweimal die Lunches. Hamas für den Block. Und Go! Bleibt wieder recht tief. Zehn Sekunden noch. Druck auf der vorderen Ferse halten. Druck auf der Schraube. G舉 das... 5, 4, 3, 2, 1, und geschafft. Kurz auslösen. Nensten Kuss. So, unser nächster Klock ist jetzt quasi eine Mischung aus Kraft und Tadio. Wir nehmen nochmal die Beine ran. Starten tun wir das Ganze mit einem Squat Hold. Heißt, wir gehen hier tief hoch auf der Ferse, halten in der Position. Ja, jetzt noch ein bisschen an die Ausdauer. Also ab in Position. Ich starte den Timer. Hoch auf der Ferse. Tief gehen. Und halten. Versuch, um die 90 Grad zu halten. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Jetzt kommen gleich die Jump Squats im Nachhinein. Druck auf den Mittelfuß. Vollgas. Zack. Alternativ, wenn es nicht geht. Hier. Einfach schnelles Squats. Hohes Tempo. Beim Runtergehen kontrollieren. Beim Hochgehen explosiv. Kurz auslockern. Dann gehen wir jetzt einmal in den breiten Squat Hold. Richtig. Knie schön nach außen rücken. Richtig. Immer wieder die Knie nach außen schieben. Gucken wir auf der Ferse. Zwei. Zwei. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Hoch. Jetzt haben wir die Jumping Jacks. Hier. Zack, zack, zack. Knie leicht nach außen. Und go. Jetzt will ich über hohes Tempo sehen. Zack, zack, zack. Jawohl. Hör weiter. Vier. Drei. Zwei. Eins. Okay. Wir starten mit dem Squat Hold. Halt dich zu tief wie möglich. Tief und halte. So schön auf die Ferse. Zehn Sekunden noch. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Auslockern und Jump Squat. Halt dich zu hoch. Und go. Und go. Tränen. Crix. Tief und halte Spack nicht von Auslauchen. Tails. Von Ste-Li die Bewegung unten. Sie humming��. Vier. Fünf Sekunden noch. Tempo dauerte. Piem. Piem. Und einmal noch dich greifen. Zehn nach außen. Knie nach außen schieben. Tief halten. Oberknall, was du aufrechtst, wie möglich. Acht, sieben, sechstes Fakma. Halten. Drei, zwei, eins. Nächste Runde Jumping Jacks. Und Volga. Nächste Fünf Sekunden, wir sind angebrochen. Okay, und Fisch ab. Sehr gut. Nächste Brunnen. Jump. Wir haben noch zwei Blöcke für uns. Den nächsten macht noch voll Cardio. Den letzten Block machen wir halb Cardio und halb Pulldown. Okay? Reservieren. Also wir starten das Ganze mit Abwehr. Bauch schön festmachen. Noch ein bisschen Atemzug. Wir starten das einmal und dann geht's los. Hände an die Brust. Erstmal. Bauch fest. Und go. Spannung im Chor halten. So, wenn ihr jetzt mögen könnt ihr die Hände aufnehmen und Körper nehmen. Trotzdem über die Pferden zum Boden ziehen. Okay. Gehen wir einmal ins Boxen. Füße sind schnell hier am Krippeln. Hände schnell nach vorne. Und go. Zack, 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 zack. Hohes Tempo aufbauen. Vollgas. Acht Sekunden noch. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Zweite Runde abwärtsen. Schau nochmal, dass der Bauchdreht nicht schön fest ist dabei. Und go. Und go. Und boxen. Und gas. Zack, 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 zack. Vollgas. Jawohl. Weiter, weiter, weiter. Zehn, neun, acht. Los, die Klangsläume werden. Immer weiter. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Elfen haben wir schon wieder. Gehen wieder an zu Anspersen. Und go. Letzten zehn Sekunden. Zack, zack, zack. Karschal, wir brauchen das. Immer weiter. Und boxen. Volles Tempo. Karschal. Wir brauchen das. Wir brauchen das. Karschal. Karschal. Die letzten zehn. Schnelle Düse, schnelle Hände. Drei. Zwei. Eins. Jetzt haben wir jedes noch einmal. Haben wir den Block wieder geschafft. Karschal. Also, im Sport. Karschal. Am Fersen. Und zwei. Eins. Zack, 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 zack. Komm, Gast. Da geht noch was. Ich seh's doch. Drei. Zwei. Eins. 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 Und letzte Runde boxen. Jetzt hauen wir noch mal richtig rein. Und da. Komm, wir müssen hier noch mal alle Kräfte liegen. Mach das mega. Zehn. Neun. Nicht nachgehen. Immer weiter. Fünf. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Durchatmen. Gutes Auslockern. Zwei. 美國. Zwei. 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 Ich muss jetzt mal selber wieder ein bisschen zu Atmen kommen. Also, letzte Block. Wir starten erstmal mit Weiden. Geht auch schön die Knie zu den Händen. Also, starten wir heute zum letzten Mal den Timer. Denkt an, nur noch vier Übungen. Die Ausgabe sieht nach dem Schoolout. Halten wir mal an, bis rauslassen, rein, hin, hin. Okay, das ist bereit, reingehen. Let's go. Bauch fest, hier hoch. Erstmal die Hände hier, wenn ihr könnt, dann zack, 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 zack. Hände neben dem Körper. Da geht nochmal mehr mit Puls. Eins, zehn, vier, drei, zwei, eins. Jetzt machen wir nochmal Jumping Check. Wieder, wieder zack, zack, zack. Aber ganz zackig. Go. Halt die Kontakte so kurz wie möglich. Ihr fliegt quasi in der Luft. Zehn Sekunden noch. Benk dran, Endspurt. Geht noch nicht nachlassen. Ich pack das. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Noch mal High-Nies. Fliehen kommt so hoch wie möglich. Und go. Zehn Sekunden noch. Benk dran, Endspurt. Komm, zack, zack, zack. Ihr macht es mega alt, wo ich halte. Zwei, drei, zwei, eins. Lächste Runde, Jumping Check. Alle letzte Power-Runde. Und go. Sieh nochmal alles raus. Zehn Sekunden noch. Und die letzten fünf, vier, drei, zwei, eins. Kurz durchatmen, kurz entspannen. Dann gehen wir mit lockerem Maß. Ganz entspannt erstmal laufen. Könnt ihr auch gerne eure Tränen dazu nehmen. Und neben, einfach den Körper ein bisschen durchbewegen. Knöckchen, jetzt marschieren, die Hände laufen nebenher. Ganz entspannt. Und dann ziehen wir jetzt einmal hier die Brust immer nach hinten. Also die Hände nach hinten unten. Lassen wir eine Spannung in der Brust spüren. Kurz sparen halten. Wieder lösen. Wieder aufziehen. Lösen. Aufziehen. Lösen. Richtig aufziehen. Locker lassen. Dann einmal ein bisschen aushängen. Wieder aufrollen. Tief ein. Und ausatmen. Ausatmen nach unten. Einatmen nach oben. Und ausatmen. Und ausatmen. Und ausatmen. Ganz langsam. Entspannt. Mal noch den Ballast vom Fahrbauch abwerfen. Tiefe Atemzüge. Dann rollen wir uns nach oben auf. Planen uns hier nochmal ganz lang. Ziehen uns hier nach oben. Lasst uns leicht auf eine Seite fallen. Dass wir hier den Zug spüren. Dann einmal auf die andere. Um hier den Latissimus noch ein bisschen zu dehnen. Den oberen Rücken. Wechseln. Tief ein. Tief aus. Ein Wechsel noch. Dann locker lassen. Alles abschütteln. Und in die Hänge klatschen. Wir haben so eine Läggeschaft. Selbst gut.